So, äh, letzte Folge, David McQuay, zurück, da haben wir bis zu Lillith's Club gegangen und wollten sie terminieren, wie es sich Arnold Schwarzenegger mäßig gehört, äh, Dante mäßig gehört, und jetzt ist es soweit, jetzt wird sie terminiert, in der letzten Folge, die ich heute aufnehme, in dieser Session, Und dann, ja, kriegen wir Cat zurück, Lillith töten wir trotzdem, und das Kind auch, und dann töten wir Mundus, fertig, Spiel vorbei, du bist dran, Schätzchen, genau auf so eine Gelegenheit habe ich gewartet, komm schon, Baby, machen wir Papa stolz auf uns, ach, ja, genau so, kleines, Zeit zum Spielen, uaah, Weißt du, ich hab mich schon lange, eingeengt, gefühlt. ähm, 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 ähm. Ja. Mundus. Klar. Klar. Das ist mal ein Gesicht, das nur die eigene Mutter liegen kann. Ähm. Ach. Och, wieso? Oh, Gott, ey. Verkackte Bruder. Alter, lenke mich doch, du kackgut. Ach, klar, ist hier deportieren. Fick dich doch, scheiß Vieh. Nein, 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 nein. Bist du einfach nur ein Bruder, Alter? Bist du voll für den Arsch? Bist du voll für den Arsch? Was für die Bossklinge, finde ich geil, ey. Och, finde ich süß, werde ich mehr Paten, Onkel? Ach, du leck mich doch. Den mag sowieso keiner, weißt du das? Keiner mag den. Nein, ich will ihn erst töten, du blöde Kuh. Wo ist die überhaupt vorne und hinten bei dem Kind? Wer wird denn immer eine Fehlgerude, ey? Leck mich doch mal am Arsch. Oh, wer ist denn da drinne? Na komm. Na komm her. Mensch, wer ist denn da? Ben. Ich hab gehört, das macht doch meistens Schaden. Na ja, machen wir es mal. Baby, zieh mich rein. Zieh mich wieder rein. Oh, das ist ja bärstig, ey. Das weißt du selber, ne? Find ich gut. Egal. Jetzt mal vor, hab ich das zu töten. Ich denke mir so nach dem Motto, vielleicht muss ich mir nur noch einen töten. Vielleicht töte er jetzt selber, weil er zweifelt. Mensch, ich find ich bis jetzt erstaunlich hartnäckig. Wenn mir ganz schön auf die Eier geht. Mensch, ich bin noch ausgewichen. Kack, Brut. Ach, Mensch. Ich verschwinde immer wieder. Ich bin Mundusbrut. Kack, Brut, ey. Mensch. Teleportiert ihn doch nicht immer. Au. Au. Das ist echt ne Kack-Kombo. Musst du aber zugeben. Au, das hab ich jetzt nicht erwartet. Ah, nein. Ey, mein Timing ist im Arsch. Ja, irgendwie schon. Mensch. Mann. Mein Timing ist im Arsch. Ah, richtig. Na, kleine. Ja. 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 Das ist so besser hier. Das geht ab. Boah, ich bin fast tot, Alter. Achtung. Ich bin fast tot. Oh! Das bringt jetzt irgendwie nichts, ne? Der teleportiert sich unnötig! Boah, ist das mit dem ich... Au! Wo versteckst du dich, Lille? Ach, Mensch, ey, so eine blöde Ruhe, ey. Na, komm schon! Bäm und hau! Wie hoffst du nicht noch gehen? Oh, Idiot! Ey, ich hätte bald keinen Bock mehr mehr mehr, ne, Bundesbrut? Hey, das geht ab! Boah, ich muss nur die ganze Zeit da denken, ja? Was geht denn jetzt ab? Das BB ist echt hart, ne? Was? Ja, von den BB ist es wahrlich schwach, ey. Ich bin nicht am Arsch. So, Lillef. Jetzt ist es over, ne? Ja, da ist die Musik auch schon vorbei, tut mir leid. Oh! Oh! Du was der f- ist wunderschön mit dir, ey! Du was der f- ist wunderschön Steh auf! Ich werde weder dich noch Mundos Ausgebot töten. Wenn du meinen Befehlen folgst... ...wird euch nichts geschehen. Das werde ich. Ich schwöre es. Ohne diese Göre bin ich nichts. Dann reiß dich zusammen. Läuft sie. Danke, dass du dich gemeldet hast, Mundus. Tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte. Bezüglich deines Angebots hätte ich ein Gegenangebot. Das Leben des Mädchens. Für das Leben deines Kindes. Ja gut, die war halt voll Hardcore, die Würde-Schlampe. Ja, die muss ich leider noch anfangen. Wer ist auch immer her, Tussi, Stilvoll. Oh, cool. Zwei Errungenschaften freigestaltet. Finde ich gut. Ich hab da irgendwie irgendwo das Gefühl. Vor allem, es wäre doch ein Fehler, sie wieder freizulassen. Das wäre doch sogar dämlich. Tschüss. Schnell. Oh. 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 Ich bin froh. Wie soll das bitte gut enden? Versteh ich nicht. Höh? Oh! Ja, der Junge hat Präzision, da werde ich aufpassen. Beweg dich. Voll in der Artikelschlampe. Was hat er vor? Was macht Virgil? Was? Ich hab bei Virgil kein gutes Vertrauen. Worauf zielt er? Virgil? Worauf zielst du? Was zur Hölle? Oh nein! Oh nein! Oh oh! Ohhhh! Ohhhh! Scheiße! Ohhhh! 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 Oh nö! Oh nö! Warum hast du das denn gemacht? Ich wusste es! Ich wusste es! Man legt sich nicht mit Göttern an! Oh scheiße! Oh ni! Oh! Oh mon! Oh na! Oh! 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 Ah! Das werden sie nicht schaffen. Na komm! Los runter! Wooh! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ah, da habe ich keine Zeit! Fuck, ey! Wieso fällt der weiter? Bremst doch einfach! Vor allem, wie schnell laufe ich! Alter, das macht er jetzt auf die ganze Stadt! Leute! Huh! Oh, ich muss was tun! Oh, warte mal! Stopp, 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 stopp! Ich nehme doch noch mal eine Folge auf, weil das irgendwie gerade super passt und ich gerade, äh... mit einem Endermischenbissen... Äh... Deshalb... Tschüssikowski! Bis zur nächsten Folge, die heute noch läuft! So'n Scheiß! So, wieder die MC! Fünfte Folge, die ich schon hintereinander aufnehme! Alter, leck mich fett! Und... Alter, das ist jetzt echt die letzte Folge! Ich kann nicht mehr! Nein! Oh, das war kass! Nein, ich bin schnell genug! Nein! Okay... Na komm! Ah, würd schon sagen, ey! Äh... Leck mich am Arsch! Ouuuu! Wuuuh... Wuuu! 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 Weg damit! Oh, ich muss schon sagen. Oh, da ist viel kaputt gegangen. Oha. Nicht nett. Nicht nett, Monos. Nicht nett. Verdiebbar... Für zwei Minuten? Was? Für... Für zwei Minuten? Och, Mann. Ich hab's mir anders überlegt. Ist die Zeit schon um? Ja. Ist sie. Ich will nicht noch weiter aufnehmen. Ich häng da dran. Und dann wird dann wieder eine längere Folge. Ey, ich mach voll die langen Folgen jetzt. Ey, ihr seid mir was schuldig. Ich mach längere, längere Folgen. Finde ich okay. Mann, scheiß die Wand an! Was ist das jetzt? Da hab ich jetzt nochmal zwei Minuten drangehangen. Zwei Minuten! Toll, hätt ich das gewusst, ey. Ist jetzt keine neue Folge. Wird drangemacht. Tut mir leid. Bis zur nächsten Folge.